Ja, wir geben den Texturen noch ein paar Sekunden zum Laden. Willkommst du zu umgeladener Stahlträger 23. Willkommst du zum Kalister-Protokoll. Nachdem wir den wunderbaren kleinen Leviathan in Deathspace ins All geschmissen haben, wo er hingehört, geht's nun hier weiter und ich vermisse jetzt schon die Kompass-Funktion. So, genau. Hier gab's ne Leider. Ja, nicht wieder Sprinten mit L1 und es ist dunkel wie Sau. Alles beim Alten also. Äh, das ist wieder einmal bei der Arbeit eingeschlafen. Hervorragend. Einmal arbeiten. Einmal arbeiten. So. Oh. Habe ich denn hier schon irgendwie, oder hat der hier mein Geld bei mir zu machen gefressen? 495. Ähm, Mr. Credits. Bin da immer zum Verkaufen. Ich könnte mich echt mal aus dem Fenster lehnen. Was ich immer sehr, sehr gerne mache. Und verkaufe mal hier meine Munition. Äh, so. Sagt er und macht einfach mal nichts. Genau. Das reicht auch, wenn ich einen von den Injektoren verkaufe. Und das gibt wieder gute Kalisto-Credits. Leistungsschalter deaktiviert. Dann, ähm, hauen wir da gleich mal drauf. Ah, ich hab den Stubenhocker gefunden. Nice. Was hab ich denn gerade hier von der Knarre in der Hand? Die normale... Äh, just the second. Die ist leer. Das ist auch kein Verlust. Die haut ordentlich rein, die Skunk-Schrotflinte. Aber die normale finde ich ehrlich gesagt richtig, richtig gut. Richtig gut. Dude. Das war so klar. Sieht aus, als wären drei Sicherungsschalter an den Generator angebunden. Du musst drei Fragen... Achso, drei, äh, Sicherheitsschalter... ...umlegen. Damit der Generator wieder läuft. Kommt mir bekannt vor. Oh, es sind genau drei. So ein Zufall. So, die Bündeldecke zur linken. Derer dann zur rechten. Ich finde den ersten Sicherungsschalter. Lass mich raten, danach kommt der zweite und der dritte. Okay. Einiges an Angriffsfläche für potenzielle Gegner. Da unten blinkt schon unheimlich. Äh, als hätte ich die Kiste übersehen. Ich will ja wirklich nicht meckern, ne? Komma, aber... ...ich habe das Gefühl, man wird mittlerweile wirklich richtig zugeschissen mit allem. Und wenn man sich so ein bisschen... ...vernämpflich anstellt, dann kann man momentan einfach mehr Loot kriegen, als man eigentlich braucht. Das ist gut und schlecht. ...verschissen, ich höre sie schon. Kann auch irgendwas nehmen. Da habe ich doch... ...wie ein Atmen hören. Oder bin ich das? Ja, okay, scheiß drauf Einfach mal schön drauf scheißen Hier tut mir eh nichts Okay, das ist echt so ein bisschen traurig Weil es einfach die läppsten Gegner von dem Herrn sind Ja, jetzt kriegen wir den großen Stächer Ja, komm her Und da will mir das Spiel echt erklären, dass die das nicht hören Ja Hätte ich gesagt, freue ich mich jetzt jetzt mal, wenn ich die sehe Weil die sind einfach easy peasy Ciao So, darf ich noch drauf treten Ich bitte, das geht doch einfach nehmen, aber Ich habe einer Tretensucht hier nicht nachkommen Äh, okay, der Ah, warte kurz Fehlt noch eine Zwei gemacht Es waren insgesamt drei Hm Ich glaube, dann fehlt noch eine Munition für Automatikpistole Yay Das ist ja die beste Pistole vor dem Herrn Dann laden wir die mal nach, damit Hier nichts, äh Vom Inventar zugemüllt wird Nicht noch mehr So, bleibt mal kurz so stehen Leash Danke Ich glaube, der kann entzucken Ah, komm her Kommt durch die Tür des Unheils Los Ach so, cool Die gehen immer ihr Ründchen Oh Hä Hä Der muss mich doch gesehen haben Mit den Ohren gesehen muss er mich doch haben Boah, das ist einfach Es ist echt peinlich Die spucken einfach so viel Zeug aus Und sind einfach richtig scheiße Ja, dich meine ich Hä Das haben wir geschlagen, aber das interessiert sich auch nicht So haben die jetzt vergessen Spontan haben wir sie Amnedu oder Amnesie Für sie immer noch Amnesie Ciao Ist das eigentlich normal, dass wenn man auf Leute tritt, dass, ähm Dass die ihm dann Geld geben Ah, der hat mir dann wieder soziale Tipps Wow Ich hab's in der letzten Folge schon mal gesagt Die Viecher haben so ein bisschen was vom Kölner Karneval Aber eher so die Abrechnung davon Die Rückrunde des Alkohols Oh, nice Munition für Automatikpistole Yay Ich hätte nie geglaubt, dass ich das mal für möglich halte, aber Ich muss schon sagen, bitte weniger davon Bitte weniger Munition Hier steht einfach nur so der Generator Da kann ich auch Hab ich Moment Ja, hab ich noch irgendwas übersehen Wäre ja nicht so, dass ich genug Loot für die nächsten drei New Game Pluses hätte Tja, die große Kugel Ich weiß, ich weiß So ein bisschen ungerechtfertigt, dass ich da jetzt gerade meckere Aber ein bisschen meckern gehört einfach dazu Ich find das Spiel, also ich bin ehrlich Ich find das Spiel nach wie vor echt richtig gut Ich find's jetzt schon so als Fazit Etwas schwächer als Dead Space Jetzt müssen die Leute, äh, etwas, äh, sehr scheiße, äh Ja, aber es hat ja auch seine Höhen, sag ich mal Und, ähm, naja, ich find's cool So Jetzt hat er's gesagt Der Strom ist dran Jetzt zurück zum Bahnsteig Sind da nicht auch die Bossen rückwärts in der, äh, Zeit gesprungen oder so? Guess the reference Boah, ja, der läuft auf jeden Fall richtig stabil Das muss so Arbeitssicherheits... Fragst du den Chef so bei der Einstellung so Ja, wie sieht's denn hier mit Arbeitssicherheit aus? Und er so Ah, da fordert's die Tür Das war die Tür des Lebens Ach so, geil Weil ich jetzt hier den Generator angeschmissen hab Und die die Tür zugemacht Ähm, okay Ja Warum ist der denn auf einmal so nett zu mir? Da geht doch noch mehr Okay, da war wieder dick und doof Ah, B-Hörnchen Na, komm her Na, komm her Immer schön Antäuschen Zack Gib her den Rücken Hört er nicht Er hört es nicht, wenn ich auf seinesgleichen trete Na Spontaner super Rücken Die tun mir echt ein bisschen leid Vor allem, weil die einfach so chancenlos sind Gib Zombies mehr Rechte, haben sie gesagt Ach so, hier bin ich ja Yo Hier bin ich doch auch vorbeigekommen An den Schlafenden Mitarbeiter hier kann ich mich doch Erinnern Okay, das mit dem Licht ist gerade richtig cool Ja Ja Je länger ich diese Abschnitte hier spiele, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass die Entwickler die als viel, viel, viel gemeiner eingeschafft haben Und effektiv nicht realisiert haben, was sie hier tun Oder sie nennen das selbst das Gebiet des Loops Ups Ja Ich weiß, dass du nicht zielen kannst, aber mit dem Stiefel auf dem Boden ist schon Da daneben zu treten ist schon echt schwer Soll ich wahrscheinlich auch Da hatte ich vorher geguckt, ja, ne? Geh mit dem Kabel nach Da muss noch ne Kiste Nice Propanflöte Oh nein Da ist ja noch einer von denen Ich weiß nicht, was ich machen soll Oh shit Oh nein Jetzt muss ich auch noch meine schlechte Munition verbraten Wie schön gehässig heute Äh Jetzt hab ich fast auf den Rechner-Lux-Dick gedrückt Um mir die Karte anzeigen zu lassen Das kann ich mir schön In der Wacke schmieren So, was gibt's denn da noch? Ne, da war alles mit dem Helm, ne? Da hatte ich reingeschaut Hatte ich? Doch Ah, doch Aber komm, alles für den Blut Alles Ja, ihr weißt Okay, ihr weißt Ich habe meine Kiste vergessen Ja, wie man die Geduld seiner Zuschauer Stratiert Okay, ciao Boah Ist auch ein sehr anstrengender Gang hier Boah John, in der Rüstung Hier wiegt mindestens Drei Gramm Okay Dangerous music Wow Der hat mich gehört Der alte Dragsack So, ciao Ja, noch einer Oh ja, das sind echt ein paar Ciao Au Ey Ja, alles klar Okay, da haben wir irgendwie nichts abgezogen Nice Ja, genau Ja, genau Jetzt, warte Jetzt ist genug Ah, shit Und der Schmackst mich in den Morscht Nö Aber Na ja Ich meine komischen Piñatas Würde ich ehrlich gesagt auch mal echt machen Einfach mal so richtig auf so eine Piñata drauf zimmern Das ist ja erlaubt Dass du, äh, ne Der Gewalt nachgehst Gibt es eigentlich sowas wie Piñata Championships Hast du so eine Eisen Piñata Und musst die so mit, äh, einem Baseballschläger oder so Zertrümmern Genau Interessant Würde ich mir angucken Ähm Stromtunnel Da Einfach aus Prinzip Ihr wisst warum Einfach aus Prinzip Natürlich Ey Komma weg Ja Zu knapp Der Stein hat ihn getötet MVP Stein Der gute alter Stein Alle Systeme innerhalb normaler Parameter aktiv Ich habe schon wieder einen Gesundheitsinjektor gefunden Wow Äh Boah der gibt 100 Credits Alter Guck mal wenn wir jetzt Wenn ich jetzt hingehe Und ich verkauf den Was jetzt auch mal einfach mal so tue Weil ich so Dryspin Dann kann ich mir Kann ich das nochmal nachladen Nein Aber ich kann hier hingehen Kann auf A drücken Kann den Guten Blockshots hier aktivieren Und bin einen Schritt näher an den nächsten Upgrades Gibt es auch irgendwas was hier Sinn macht Magazin mit hoher Kapazität Ja Äh Noch nur ein Magazin Upgrade Mit hoher Kapazität Ups Einmal schön mit der ganzen Pranke Gegens Mikro gekommen Sorry dafür Magazin Upgrade Mit hoher Kapazität Das ist aber wieder Die Scheißwaffe Auf der Erde und auf Luna Illegal Ja Die ist auch illegal schlecht Bin ich ehrlich Ne komm Bauen wir mal das Laserschrift hier zusammen Für meine Laserschrift Abgeschlossen Ah sehr schön Stimmt Hier war ich schon mal Lass dich mit der Plattform Nach Arcus transportieren Darf ich die Kisten Jetzt öffnen Ja Darf ich Nice Rippa Munition Mhm Ja gib mir noch mehr Sehr guter Plan Ich verkaufe einfach mal alles Okay Kann ich jetzt alles nicht mehr Sonst Ich einfach noch mehr Munition Kriege Ist das so sinnlos Ah Dieses Spiel Warte kurz Gedulde dich bitte noch Einen Moment Auswahl treffen Ja Bin der dabei So Was kaufe ich denn Äh Was verkaufe ich denn alles Guck mal Ja natürlich Ich verkaufe erstmal die Kleineren Boxen Äh Ja genau Sagte er Und hat zwei davon Alter Wir sind so richtig rich Einfach Ach komm Scheiß drauf Äh Die verkaufe ich einfach Aus Prinzip So dann habe ich hier noch Einer von jeder Sorte Und Schau noch Was die Kisten Gämmen Gämmen GRP Aufsatz Braucht eh kein Mensch Ja für die Notfälle Vielleicht gar nicht mal so doof Und dass das auch nicht verschwindet Sehr schön Ich finde das immer richtig höflich Wenn der Loot auf einen wartet Geloot zu werden Und da ist noch ein bisschen Aufstandsmunition Okay Das lasse ich da mal drin Für den Fall Dass das hier gleich Wirklich Wirklich heiß her Geht Äh Und ich nehme zuerst mal Diese wunderbares Gang Ist still Pistole Tiro Düt Abfahrt Richtung Fracht Urschland Okay nice Es geht los Yo Der hat ja richtig rein Ich dachte das fährt jetzt doch richtig langsam So ja So drei Meter pro Sekunde Oder so Ja so Yo Vier Meter Mist Okay Das hört sich nach Spaß an Habe sie gesagt Ja leer Ja komm doch Ich bin ein Arme schon ausgewichen Da warst du noch nicht so hässlich Ne Moment stimmt gar nicht Und die geben wir nochmal loot oder was Nice Willkommen zum Lootfest Ja natürlich Boah die Nachkampfwaffe Ja auch rein Ciao Au Leben nicht so gut Muss Heilen Nö Ja komm Den einen gönnen wir uns mal Das ist jetzt halt die großen Gönnung Der Tag von Gönnung und Franklin Ah shit Ah shit Ich glaube das ist doch zu Einfach weil er Wunderbar kratzen Shit Das ist ein bisschen Das ist jetzt ein bisschen viel Ich würde gerne über der Schroffel Da mit einschauen Nee 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 Ja Leben Dankeschön Ist da noch einer Ohne Verschein Nö Leben 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 Gegner Leben Beides Munition Ach shit Ja natürlich Bündig Boah so ein Schlag Okay Aha Nice Achso ja Und ich starte einfach mal 10 Kilometer weit weg Hm Ist klar Ja okay War Effektiv Meine Schuld Achso jetzt darf ich wieder alles looten Ja das macht doch überhaupt keinen Sinn Ach dieses Spiel Genau wegen solcher Kleinigkeiten würde ich sagen Es ist Ja Hätte ich jetzt gerade ne So vor eiligem Urteil fällen Die UJC steht hier zur Seite Achso guck mal jetzt darf ich das nochmal craften Interessant So verkaufen 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 Schaufen Saufen Ich könnte ja auch einfach vom Bar geschubsen Ähm Ja komm hier Nehmen wir den Blockschutz nochmal mit Drücken Abgeschlossen Mhm Vielen Dank Krass das der mir gerade auch so mit einem Schlag Sämtliche Leben abgezogen hat Kurz überlegen ob ich da noch irgendwas Ausrüsten fände Nöp Neh mal die hier Ey Moment die hier Die hat einfach ein paar mehr Schuss Die Skunk Schrotflinte finde ich ehrlich gesagt auch richtig gut Äh Ne kleinen aber Die hat nur zwei Schuss Könnte ich aufrüsten Hey ich hab das Gefühl ich hab noch mehr an Ich hab da doch gar nicht so viel oder doch Ach keine Ahnung ich weiß nicht was das Spiel mir sagen möchte Hier komm nehmen wir einfach ordentlich Geld Wenn ich jetzt nochmal sterbe hab ich wahrscheinlich noch mehr Gegenstand ausweben Jo Denn da kann man ja was gegen machen So Skunkpistol 400 Danke Arbeiter Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen Vielen Dank So Kann ich wieder ein bisschen was verkaufen Das spare ich mir aber Da wird definitiv nochmal so Eindruck bekommen Da hat man noch was drin oder Ne da nichts mehr Da nichts mehr Dann vorne rechts in der Kiste Da auch nichts Genau da ist man nach Dankeschön Und da ist noch Munition Yay Und wieder Ja natürlich Was haben wir denn da Was war das denn Äh Aufstandsflintenmunition ne Ja ok komm ich fang damit einfach an Hat ja gerade auch fast geklappt Abfahrt Richtung Frachtumschlag Es geht los Es geht los Yeah Letztlich das ist auch so unfassbar Umrottet hier Äh Okay Ja cool Dass die durch den Sturm auch Irgendwie aufgesteckt werden So scheint's Ja vor daneben So wer will das jetzt ist Moin Da war wieder der Tennis-Spieler Au Ey 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 Warum macht der keinen Schaden So Schau Und der Oh nein Das ist nicht gut Achso Ja cool Ich dachte jetzt schon kurz Woher hätte er mich gekillt Ne Aber wirklich tiefer Das jetzt auch nicht So ein paar Leben So Ich gehe kein Risiko ein Denn das würde ich nicht nochmal ansehen Ciao Nach laden Ja laden Erstmal ganz Ganz Überro Nach Ja Warte Warte kurz Warte kurz Ja Warte kurz Das würde ich doch mal nachladen hier Unhöflich Nicht nur hässlich sondern auch unhöflich Wie der ausholt Soll ich dich mit Bock Soll ich dich mit Mordlust Oh je Ja komm Euch kriege ich so Euch kriege ich so Das ist alles Kein Problem Der ist jetzt schon links Den Volkwoller die leisten Und dann hat sich das ja nicht Ihr spuckt jetzt bitte mal Leben aus Leben 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 Gehe Leben Beides Danke Okay Na gut Na ebenso Ciao Ja daneben 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 Ciao 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 Komm schon Geld Du kannst Schön Mal hier Dich aus dem Stäubchen machen Ohne Fahrkarte Gibt's hier Nichts Zu sehen Ach Tarek vor mir Ich dachte mir gerade wo steht er denn Easy So ein Speicher Der bleibt hoffentlich auf der Bahn Damit er mir den Loot gibt Nein 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 Der Loot Oh nein Er ist übermorgen Ciao Okay Wahrscheinlich wird es auch Ja habe ich ja Vor allem dass ich so einen wunderbaren Helm dabei habe Ähm Das haben wir nie Ja Jawohl Okay Okay So Gibt's Ach stimmt Ich könnte dir auch in das Großen Rotor schmerzen Der hätte ich gekonnt Aber hätte hätte Ne Natürlich Wird das nicht die zwei Nerfigen Oh mein Gott Hallöchen Oh nein Oh nein Oh je Ja Okay Das ist der Superzahnarzt Oder die beiden Superzahnärzte Die teilen sich ne Praxis Teilen sich nur den Die Praxis Sondern auch den Körper Okay Ich habe mich ja vor mit einem Schlag Einem Schlag will ich einfach weg Ja Oh je Okay Das Spiel möchte mir sagen Nein Den bitte nicht Oh Ich habe mich vorgreifen Darf ich mal nachladen Dass ich hier den Keton des Der Rache habe Jetzt lad doch mal nach Ne Heute lädt Jackab nicht mehr nach Du sollst die scheiß Knarre nachladen Danke Willst du ja nicht Stasieren Ne Die Stasi nicht um den Körper Moment Nein Hat er nicht gesagt Den Bauch trägt man heute auch auf Man trägt ja viele Ups Lade doch nach Ja lass die Zeit Dafür ist die Munition Dafür war die Munition Oh mein Gott Leash Jetzt somatisiere ich das nur Eigentlich kann der gar nichts Ciao Ich bin dann im falschen Moment erwischt Ist das nicht dieses Doppelkopfsystem So Dürfte den Ja ich dachte der war schon Er oder die Nein Ich habe doch Ich habe doch Und dann hier Bitte Ausrede einfügen Weil das zwei sind Ist der eigentlich doppelt hässlich Gott die ganzen Sprüche Nein Jetzt hätte er vergessen Der kommt mit dem vierten Ah hohem Boden Das ist wenn die Wenn die neuen Pronomen Umgesetzt sind Die können auf jeden Fall Weyven sagen Das ist wieder Ja ist ja in Ordnung Die Waffe und Kante Greif mich gerade an Ey Ich guck Nein War ich aus Dass das so ein Insta-Kill macht Tschüss Jetzt wechsel doch die Waffe Danke Tschau Die teilen sich nicht nur die Integrieren Sondern auch die Dummheit Wenn die Körper war nicht Sorry Ja Ich glaube ich sehe doppelt Und du kriegst einen Ah Natürlich Ja du kann ich ja nicht sagen Also Eure Eure Lordschaften Bitte einmal Sterben Schon wieder Die nächste Knoll wird leer Ja gut dass ich aber von den ganzen Munitionssachen verkauft habe Das fand ich Oh 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 Wir machen schon wieder so eine verhältnische Kiste Ach so im Moment wird der auf den Boden Die muss ich wahrscheinlich zu bauen Ja Das ist eigentlich Sinn dass er sich mit der Kiste versteckt darf Darf er das so gehabt Wie viel ist So jetzt war Ich Vier Pfassi Rio Drei Nasen gegen Alle Ja Er hat sich geteilt Er ist jetzt unabhängig Endlich für ich mein eigenes Leben Kann ich den nochmal treffen Ich habe deinen Bruder getötet Oder je nachdem Oder dich Ein Teil von mir Deine bessere Hälfte Alter wie viel Hältst du aus Das wird echt peinlich Für meine Würfel Schnell rechts Schnell links Ciao Habe ich noch Munition Warte kurz Einmal Falke Weglaufen Ach Habe ich auch Guck mal hier meine beste Waffe Meine beste Waffe Kriegt jetzt wahrscheinlich den Kill So jetzt aber Mieses Stück Dreck Zweiköpfe sind besser als einer Naja Was hat doch noch das Target CPO Drucker Nice Ach cool Ich kann die Kiste nochmal aufmachen Hier ist das vierte deutsche Fernsehen Mit der Tagesschau Boom Das war doch mal easy So Und das haben wir uns jetzt redlich verdient Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020